Ok, seid ihr bereit? Ja. 7 Uhr morgens, Abfahrt. Jetzt ist es Punkt 11 Uhr. Wir sind um 7 Uhr losgefahren. Nick und ich haben uns jetzt beide testen lassen. Ich um 10 Uhr 30. Wir essen ein paar Nudeln. Und unsere Deadline läuft jetzt ab 10 Uhr 30. Also, 72 Stunden ab 10 Uhr 30. Dann müssen wir in Bruma Jonas über die Grenze fahren. Jetzt sind wir in Tschechien. Erste Grenze geschafft. Stimmung ist gut. Jetzt sind wir kurz vor Brünn. Die Kinder haben Abendbrot gegessen. Und jetzt putzen sie sich drauf die Zähne. Falls ein Zahnarzt zuguckt. Und dann dürfen die Kinder schlafen. Und wir fahren weiter. Jetzt sind wir auf einem wunderschönen Parkplatz in Ungarn. Haben hervorragend geschlagen 3 Stunden. Wollten gerade höchst motiviert losfahren. 1, 2, 3, los. Und dann sprang das Auto nicht. Und jetzt warten wir auf den ADAC. Und jetzt ist es schon ein Bunde. Und dann los geht's nach Hause. Und dann los geht's nach Hause. Oh Mann? Ja! Ja! Pili, wie hast du geschlafen? Baby, wie hast du geschlafen? Ich habe in einer Minute eingekommen. Mal kommen, das ist voll super. So, dann an den wunderschönen Stellplatz hier. Rumänien, an der Schnellstraße. Im Müll. Bulgarien. Im Müll der Karte. in erster Schnellstraße. Das kann also nicht liegen. Im Müll der Karte. Da geht es um unfortunately. Im Müll der Karte. Der Karte ist die Wurzwege. Geschafft, wir sind da, in Griechenland zum Ende. Kinder, wir sind da, in Griechenland. Kinder, wir sind da, in Griechenland.